Seid ihr herzlich willkommen. Eine Liebesorakel. Was denkt er? Was ist sein Plan? Das schauen wir jetzt an. Dieses Schiff symbolisiert die Hoffnung. Er hofft, dass etwas verbessert sich in seinem Leben oder verbessert sich etwas zwischen euch beiden. Was dieses Schiff noch symbolisiert, Ausland, Auslandskontakte, Reisen, entspricht seinen Gedanken. Kann auch sein, er plant eine Reise mit dir. Und was diese Karte noch symbolisieren kann, eine inneren Reise. Eine seelische Verbindung mit tiefen Gefühlen. Wir bleiben noch in seinen Gedanken. Dieser Fuchs symbolisiert Falschheit, Lügen, Intrigen. Und er ist damit betroffen. Falsche Personen in seiner Umgebung. Und weil diese Karte zeigt seinen Gedanken, also das beschäftigt ihm schon. Natürlich kann auch sein, dass er falschen Gedanken hat. Wie zum Beispiel, oh, das schaffe ich sowieso nicht. Das gelingt mir nicht. Und er sollte von diesem negativen Gedanken, diesem falschen Gedanken verabschieden. Was noch bedeuten kann, diese Karte, wenn er gerade Entscheidungen trifft. Das kann momentan eine falsche Entscheidung sein. Wir bleiben noch bei seinen Gedanken und schauen wir die nächste Karte an. Mond symbolisiert mütterlichen Gefühlen. Das kann auch seine Mutter sein. Oder er erwartet, dass du kümmerst um ihn und zeigst du mütterlichen Gefühlen. Das kann auch ein Kinderwunsch sein. Was Mond noch bedeutet, seine Träume, Sehnsüchte und Wünsche. Diese drei Karten zeigen seinen Gedanken. Hier ist noch diese Falschheit. Vielleicht ist das seine Mutter oder jemand in seiner Umgebung. Das kann auch die Ex-Frau sein mit Kindern. Und diese Frau meldet sich bei ihm mit falschen Absichten. Oder kommt Lügen, Intrigen. Aber hier ist die Hoffnung, dass etwas verbessert sich. Diese Karte kann auch Reisen sein. Das wäre vielleicht ein falscher Zeitpunkt. Aber immerhin hat er seine Sehnsüchte und Wünsche. Was diese Kombination noch bedeuten kann, dass hier erscheint dieser Traum, aber er glaubt nicht daran. Und das wäre ein falscher Gedanke. Obwohl ihr seid seelisch miteinander verbunden, zeigt diese inneren Reise und Mond die tiefen Gefühle. Kann auch sein, dass er nicht über Gefühle sprechen kann. Und jetzt schauen wir an seinen Gefühlen. Diese Karte bedeutet, er ist angekommen bei dir. Und bei dieser Beziehung fühlt er sich sicher und hat das Gefühl, ja, hier bin ich angekommen. Ich kann mich hier verwurzelt fühlen. Diese Karte bedeutet gleichzeitig auch ein Heilprozess. Dieses Sarg bedeutet natürlich ein Todesfall oder eine erbschaftliche Situation. Vielleicht diese Krankheit, was der Baum auch symbolisieren kann, führt dazu oder hat er Angst, dass jemand sterbt in seiner vertrauten Umgebung oder in der Familie. Aber diese Karte hat auch eine symbolische Bedeutung, wenn er etwas abschließen kann. Oder was diese Karte noch bedeutet, etwas Altes. Eine alte Liebe kehrt zurück. Das kann auch eine karmische Verbindung auch sein. Wir bleiben noch bei seinen Gefühlen. Diese Karte bedeutet Glück. Er ist dann glücklich, wenn etwas abschließen kann und kommt auch die Heilung. Was diese Karte noch bedeutet, Monat, April bis dahin regelt sich alles. Hier sehen wir noch mal seinen Gefühlen. Er ist bei dir angekommen und ist glücklich, aber er möchte etwas noch abschließen in sein Leben. Diese Karte kann auch Krankheit sein und hier die Angst, dass jemand sterbt in seiner Umgebung. Aber hier liegt das Glück, also kommt doch die Heilung und er braucht keine Angst zu haben. Diese Karte bedeutet aber auch etwas Altes, dass eine alte Liebe kehrt wieder zurück und ist bei dir angekommen und ist glücklich mit dir. Das kann aber bis Monat, April dauern. Und welche Schritte wird er tun? Hier ist die Liebe. Zu dieser Karte brauche ich nicht allzu viel sagen. Dieser Mann liebt dich und zeigt auch seine Liebe. Hier sehen wir die Reinheit, also erklärt etwas mit dir. Diese Karte symbolisiert aber auch die Intimität. Und hier ist die Kreuz, das symbolisiert das Glauben, Glaube an diese Liebe. Aber was dieses Bild noch bedeutet, euren Schicksalswegen kreuzen sie sich hier und ihr habt eine seelische Verbindung, eine karmische Liebe. Was diese Karte noch bedeuten kann, ihr erreicht gerade in euren Lebensweg diese Kreuzung und ihr werdet neu orientieren. Was wird er tun? Er zeigt seine Liebe und er liebt dich. Das kommt von Herzen. Ihr habt eine karmische Verbindung, euren Schicksalswegen kreuzen sie sich und das bedeutet ein Treffen. Und er zeigt die Liebe, aber er hat die Sehnsucht nach körperlicher Nähe, weil diese Karte bedeutet auch die Intimität. Und ich wünsche dir einen schönen Tag, alles Gute und alles Liebe. Und ich wünsche dir einen coeur,